Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Blog. Vlog Nummer 61 oder 62? 61 glaube ich. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt. Wir machen schön fleißig weiter. 56 Prozent, das ist ja auch schon wieder. So, jetzt müssten wir mal den koppeln wir ab, dann holen wir unseren Sammelwagen. Und dann sammeln wir mal das Stroh ein. So, jetzt muss ich mal den koppeln. bevor er dann hier so gesagt vergammelt oder strom brauchen wir ja für für den anstreu und für thema weil ich ganz schön schnell voll hälfte der strecke und ja super anderen streifen aber wir könnten ja auch noch diese pellets machen fällt mir gerade so ein diese diese pellets und dann können wir die auch noch mitverkaufen das würde ich dann auch erst machen wenn wir genug stroh haben haben wir die dann haben wir den schon mal auch wieder voll packen wir gleich rein in den bunker man kriegt nur ein schnell ein sonnen so ein ding händler dann voll an der strohauplage nach hart ist immer da dies fällt nebenan auch noch mit dazu holen das können wir ja auch noch mal versuchen dann haben wir ja so gesagt ja dann genug felder für unseren schabernack das wird das lassen wir ja wir haben genug dann umbauen mit den fällen hier Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, sehr schön. Oh, ja, ja, ja. Das wird ja was, ne? Eigentlich müsste ich ja zwei der Sorte noch einen zweiten dranhängen. Damit wir dann wieder die Natur zurückkommen und die doppelte Menge mitnehmen. Ah, das sollten wir auch so hinkriegen. Okay. 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 Da sind wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rein, 8 rein, 9 rein, vielleicht 10 rein. Ja, da kommt noch ordentlich was zusammen. Das ist jetzt eine Viertelmillionen Liter, 250.000 Liter. Und das ist jetzt der zweite Wagen gehabt, eine halbe Million Liter Stroh. Das hat schon was. Das ist jetzt eine halbe Million Liter. Das ist jetzt eine halbe Million Liter. Na, wie viel Stroh haben wir denn? Ja, wir sind jetzt bei anderthalb Millionen. Ja, wir sind jetzt bei anderthalb. Ja, wir sind jetzt bei anderthalb. Ja, wir sind jetzt bei anderthalb. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn wir das voll haben, oder halt leer haben, mit dem Stroh, können wir bei dem anderen Feld eigentlich Ballen pressen. Oder? Was hattet ihr davon? Sollen wir da denn lieber pressen oder sammeln? Das könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay. Okay. Was ihr davon haltet? Okay. 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 Dann machen wir das lieber so. Dann brauchen wir da nichts neues anfangen. Okay. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wird immer mehr. Aber auch das kriegen wir hin. Ah. Bei dem Pressen hätte ich auch noch richtig Lust tun. Ja. Wenn wir da dann mit dem Strohbergle Addon, da hätte ich auch noch mal richtig Lust tun, die die, 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 die Sachen abzufahren. Aber so gesagt mit 10 km h lang zu fahren. Macht keinen Spaß. Nicht sein Ernst, oder? So, wo kippen wir den Kram dann hin? Und da ist eine Menge drauf. Das macht er nicht. Oh. Ich dachte, es ist ja schon wieder. So, wartet mal. Selbst da wird kein Strahung gemacht, ey, das ist doch schon wieder ab zum Mäusemelken, ne? Ja, sehr schön, ne, kippen wir dann irgendwann mal aus, dann machen wir das so, dass wir dann die Ballen pressen, da sind wir schon Ballen pressen, fragt sich nur welche. So, sehr schön. Dann haben wir eine Ballen pressen und. Kaufen den auch noch mal dazu. Sehr schön. Dann fangen wir jetzt mal los. Und pressen Ballen. Dann ist das so, ne? Okay. Dann müssen wir beim nächsten Mal oder sowas mal rausnehmen. Dann läuft das Stroh. Dann läuft auch wieder. Aber heute ist mal dann mit der Presse. So ein weiter Weg, ne? Auch nach oben hin, ne? Dann müssen wir bei den nächsten Mal gucken, dass wir da dann was anders machen. Ja. 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 Vielen Dank. Dann bleiben wir halt auf der Koppel. Dann machen wir 2,40 Meter. Nochmal ein bisschen mehr da drin. Und noch größere, also größere Ballen halt. Nimm doch alles mit. Das passt. Dann müssen wir dann so mit Vorlieb nehmen. Die nächsten Folgen. Dann machen wir jetzt erstmal die Reihe zu Ende. Dann ist die Folge auch vorbei. Ja. Nützt dann nix. Dann müssen wir so halt uns durchfahren. Dann müssen wir eigentlich sowas in einem Draschama. Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut in der nächsten Folge vorbei. Lasst ein Abo da. Ähm. 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 Erzähl da den Kanal ruhig weiter. Wie auch immer. Abo da lassen. Däumchen da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö. Tschö.